Die Leute, die spielen nicht nur hier mit, nein, die pennen lieber am Tag als in der Nacht. Wieder andere, die treiben lieber am frühen Morgensport statt am Abend. Wieder andere, die gehen statt in den Ausgang spürteln und das erst ab Mitternacht. Midnight Basketball und Midnight Fussball, das ist ein Schweizer Projekt, wo wir eben spürteln gehen, und zwar ab Mitternacht. Der Rico Just hat sich zu Opfiken die Bälle und die Nacht um die Ohren geschlagen. Es ist Samstagabend um halb zehn Uhr und der Patrick geht in den Ausgang. Aber er braucht für das nicht ein edles Outfit oder das grosse Portemonnaie, sondern nur seine Taunschuhe, ein Lieblis und Shorts. Midnight Basketball spiele ich schon seit Anfang an, seit einem Jahr schon. Und ich komme gerne hierher mit den Kollegen zusammen zu spielen und freue mich einfach am Basketball. Die einzelnen Teams werden von den Leitern willkürlich zusammengestellt. Man muss also nicht eine ganze Mannschaft mit seinen Kollegen mobilisieren. Man kann auch alleine an den Midnight Basketball gehen. Und für Sportverrückte, die gleich gerne in den Ausgang gehen, ist der perfekte Apero. Ich komme da und nachher gehe ich gerade weg. Also gehe ich gut duschen nach Hause, meine Kollegen komme ich mit dem Autogol und gehen wir weg. Dann gehen wir in die Schartigkeit. Ja, aber nicht immer. Nicht immer. Also zweimal in der Woche, zweimal im Monat. Klar will jeder mit seiner Mannschaft gewinnen, aber im Vordergrund steht das nicht. Der Spielmodus ist ganz einfach. Grundsätzlich bleibt die Siegerdimme am Tisch oder in diesem Fall auf dem Platz. Der Coach ist nicht wie im normalen Kultuschef, sondern eher ein Kollege, der halt auch oben ist. Ich denke, es bringt die Jungs so viel, dass sie lernen zu messen, lernen zu gewinnen, lernen, dass das Gewinnen etwas Lässiges ist. Sie lernen aber auch zu verlieren, weil es auch ZK am Anfang nicht haben zu verlieren. Am Anfang sind nach zwei Spielen, wenn sie verloren haben, sind sie zu Hause gegangen, sind zu stolz gewesen, oder zu zweig gewesen, um nochmal anzurechnen. Mitternacht. Midnight Basketball und Fussball ist einerseits schweißtreibender Sport für die Jungs und auf der anderen Seite zieht es auch das weibliche Publikum in die Halle. Und dabei kommt man sich auch näher. Es ist schon ein gutes Frauentag. Warum? Es ist ein bisschen abwegseit gewesen. Reforieren? Ja. Ich finde es toll, einfach die Spiele zu schauen. Ein paar Mal spiele ich auch mit und zu schauen. Sind die Jungs für dich? Hast du deine Freunde dabei? Nein. Ich habe keine Freunde. Und es hat natürlich schon herzige Debüte. Nach zwei Stunden, zu Nacht am 12 Uhr, ist die Trainingseinheit vorbei. Die einen sind so fertig, dass sie nur noch nach Hause, unter Duschen und ins Bett wollen. Und die anderen gehen jetzt noch ins Haus, sprich Bar oder Club.